Hallo, ich bin die Iris Selcho, ich bin 58 Jahre alt und habe die Instant Change Behandlung bei Andrea Kirchner gemacht. Ich bin sehr zufrieden und Andrea Kirchner sehr dankbar für ihre empathische Beratung und Durchführung der Behandlungen. Ich habe mich sehr wohl und aufgehoben dabei gefühlt und nach der dritten Sitzung habe ich bereits kleine Veränderungen gespürt und die haben eine große Wirkung jetzt nachhinein an mein weiteres Wohlbefinden. Ja, ich bin wie gesagt sehr dankbar und freue mich schon auf die weiteren Erfolge, die ich durch die Instant Change Behandlung erleben darf. Ich kann das nur weiterempfehlen.